Oh, ich hoffe ja, dass Gitti und ich uns heute noch einen Film angucken. Wir können uns ja zum Wochenende mal treffen, wenn du willst. Gitti und ich, wir fahren morgen auch weg. Wir wollen ein paar Sachen erledigen. Du weißt ja, dass Tante Irmgard und Onkel Jörg damals überführt worden sind und hier in Heiljensee auf dem Friedhof liegen. Die haben ja kurzzeitig in Bad Brückenau gelebt. Wir wollen morgen mal zum Friedhof. Auf Gitti will Onkel Jörg und Tante Irmgard eine Kanne Wasser aufs Grab gießen. Mit Tanne decken wir noch nicht ab. Das Wetter ist einfach noch so schön. Wollen wir uns morgen hören? Ich drück dich lieb, ja, Junge? Und grüßt die Katharina schön vor mir. Mit dem Braun hatte ich von hoch telefoniert. Wir hatten ja neulich Streit, weißt du ja, aber haben uns wieder ausgesöhnt. Alles gut, haben uns wieder vertragen. Ja, du, ein Reinchen, das Gewitter ist immer eine gute Sache. In der Familie, mit den Nachbarn nicht.